Das ist ein Skript. Okay. Ja, das ist ein Skript. Sein Ja war Skript. Echt jetzt, Alex? Ein Programmierer-Joke? Ja. Nice. Nice, 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 nice. Ich muss dir da jetzt tatsächlich zustimmen, du bist durchaus cool. Ricky verpisst dich, ich bin cool. Den Dolch, den du mit dem Rücken gerammt hast, Andi, ich fühle ihn sehr hart. Hä, was? Wieso denn? Das nächste Mal, wenn wir Tabletop spielen. Weißt du, was das ist? Das hat doch nichts mit dir zu tun, dass Alex einen guten Broker-Joke gemacht hat. Hallo und herzlich willkommen zu Kann Alex einen Satz formulieren oder nicht? Wie wär's? Spätestens eine Runde russische Roulette? What the fuck? Runde russische... Runde russische... Okay, Alex, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Nein, 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 jetzt kommen wir zu nicht. Kann Alex einen Satz formulieren oder nicht? Nein. Runde russische Roulette. Runde russische... Runde russische Roulette. Jetzt hab ich. Was denn? Es ist runde... 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 Ich... Es ist rural... Was ist da genau?